hallo meine lieben freunde des gepflegten kabelsalats und herzlich willkommen zu einem neuen video heute wieder zum thema home assistant und zwar kam in letzter zeit immer wieder mal die frage auf wie man denn eine klingel bequem in home assistant einbinden kann dazu habe ich mir mal ein paar gedanken gemacht und diese möchte ich natürlich jetzt auch mit euch teilen ja aber erstmal ganz grob zusammengefasst was habe ich mir überlegt beziehungsweise was sind so die rahmenbedingungen zuerst einmal wollte ich die klingel per wlan anbinden deshalb und wegen dem formfaktor habe ich mich also für ein der ins mini entschieden der der ins mini braucht jetzt irgendwo ja erstmal strom in der regel hat man da wo die klingel sitzt aber keine steckdose und zusätzliches netzteil fand ich an der stelle auch nicht sonderlich schön denn der klingel trafo liefert uns ja auch eigentlich schon ausreichend strom problem hierbei ist der klingel trafo liefert uns wechselspannung und dazu eben keine 5 volt sondern eben 8 12 oder 24 je nach trafo heißt wir müssen aus der wechselspannung eine gleichspannung kriegen und diese dann noch runter transformieren auf 5 volt als nächstes müssen wir dann noch irgendwie den klingeltaster abgreifen dazu setze ich auf einen optokoppler und das ganze in kombination mit ein paar dioden und widerständen auf der platine vereint und fertig ist eigentlich schon die smarte klingel da müssen wir jetzt den der 1 mini nur noch mit software versorgen dafür habe ich mich wie immer für esp home entschieden und somit haben wir unsere klingel relativ schnell und einfach in home assistant integriert das war jetzt erstmal so die schnelle grobe zusammenfassung was wir jetzt in diesem video alles zu tun haben und ich würde sagen damit legen wir jetzt auch direkt los und ich zeige euch mal schritt für schritt wie das ganze funktioniert bevor wir jetzt aber loslegen schauen wir uns mal eben kurz noch die platine an denn pcbway hat mir wie immer die platinen für dieses projekt gefertigt und gesponsert an der stelle vielen vielen dank dafür an pcbway und schauen wir mal was wir denn heute bekommen haben das ist jetzt das gute stück das ist die platine für die klingelsteuerung in home assistant pcbway hat wieder super arbeit geleistet an der stelle vielen vielen dank nochmal dafür hier in der mitte sitzt nachher der d1 mini wie man glaube ich auch ganz gut erkennen kann hier am rand die ganzen dioden die sich unter anderem um die gleichrichtung des stroms kümmern dann haben wir hier oben einen l 7805 cv der kümmert sich darum aus den 8 volt nachher die 5 volt bereitzustellen hier unten dann die schraubklemmen an denen wir nachher den klingeltraffo und den taster anschrauben können hier oben sitzt noch der optokoppler mit dem wir dann den klingeltaster strom von unseren eigenen schaltkreisen trennen ja bis auf ein paar widerstände in der ecke war es das eigentlich auch schon ich würde sagen wir bestücken jetzt die platine einfach mal zuerst mit ihren bauteilen und dann versorgen wir den d1 mini mit seiner software und schauen uns das ganze dann an der klingel mal live an ja wenn ihr also mal für euer eigenes projekt eine platine braucht schaut auf jeden fall bei pcbway vorbei den bestellprozess und was ihr sonst noch alles auf der homepage von denen findet habe ich euch hier oben mal in einem video zusammengefasst link dazu also in der infobox solltet ihr noch nicht wissen wie man eine platine selber herstellt wie man die design können wir euch auch dabei helfen denn jürgen hat uns letztes jahr ja ein kicker tutorial erstellt auch das verlinke ich oben in der infobox darin erklärt er wirklich absolut anfängerfreundlich von beginn an mit der installation von kicker bis zur bestellung der fertigen platine alles schritt für schritt so dass wirklich jeder verstehen und nachvollziehen kann wie ihr zu eurer eigenen fertigen platine kommt schaut einfach mal rein ist auf jeden fall ein blick wert und wie gesagt wenn ihr eine platine bestellen wollt schaut bei pcbway vorbei fünf dollar für bis zu zehn platinen gehen als prototyp durch kann man absolut nicht meckern alle weiteren informationen wie gesagt oben in der infobox und wir machen jetzt weiter mit dem video ja hier haben wir jetzt alle bauteile zusammen die wir benötigen für die platine ich würde sagen ich blende euch jetzt hier noch mal eben kurz den schaltplan ein und dann lege ich auch direkt los mit dem bestücken der platine ja hier seht ihr jetzt den schaltplan für die platine der klingel eigentlich alles recht einfach aufgebaut oben links seht ihr den anschluss für den klingeltaster hier greifen wir also das geschaltete signal eurer klingel ab ich habe hier einmal drei widerstände vorgesehen dass auch drei unterschiedliche arten von klingeltraffos gibt und zwar einmal für 8 für 12 und für 24 volt dieser widerstand sorgt einfach dafür dass der optokoppler immer die passende spannung erhält und somit auch ein für den d1 mini auswertbares signal erzeugt unten links haben wir noch den anschluss für den klingeltraffo da kommt also der wechselstrom der ist trafos an die vier dioden d2 bis d5 sorgen dann dafür dass am innen unseres l7805 cv immer das plus anliegt und am gnd eben auch nur das gnd somit sorgen wir dafür dass unser d1 mini mit einer stabilen 5 volt gleichspannung versorgt wird ohne dass wir ein separates netzteil brauchen ja ansonsten sind die anderen pins einfach weiter rausgereicht und das war es eigentlich auch schon ja die platine ist fertig und so sieht das ganze jetzt erst mal fertig aus was wir jetzt noch machen müssen ist wir müssen jetzt auf den d1 mini noch die software drauf flaschen dafür schließe ich den d1 mini jetzt erstmal am home assistant server an den usb anschluss an damit wir hier jetzt gleich auch per esp home die software drauf flaschen können an der stelle vielleicht noch kurz erwähnt ich habe hier keinen signalgeber in dem sinne vorgesehen die platine macht nichts anderes als das bestehende klingelsignal von eurer jetzigen klingel abzugreifen und das signal weiter zu leiten per wlan an home assistant wir haben hier keinen gong dran oder sonst was habe ich zumindest erst mal so nicht vorgesehen aber der d1 mini hat ja noch einige freie pins und die habe ich hier auch alle rausgelegt das heißt die ganzen header pins hier oben drauf die könnt ihr natürlich im esp home sketch von euch frei belegen und da habt ihr zum beispiel auch die möglichkeit hier so einen pizzo buzzer oder sowas anzuschließen oder auch eine kleine sirene oder was auch immer also irgendeinen signalgeber den ihr über die gpio pins an und aus schalten könnt ich habe jetzt hier als demonstrations zweck einfach mal so einen kleinen pizzo buzzer genommen der piept halt einfach und darüber können wir zumindest mal hier an der platine gleich auch ein signal ausgeben ich würde sagen wir gehen jetzt mal runter ins büro dann können wir auf den d1 mini direkt die software drauf packen und dann schließen wir die klingel mal direkt an ja hier sind wir jetzt in meinem home assistant genauer gesagt im esp home und ich habe hier schon mal die klingel vorbereitet schauen wir uns das ganze mal eben kurz an und zwar als erstes haben wir dem gerät einfach einen namen gegeben es ist die plattform esp 8266 und der bord typ ist ein d1 mini dann kommen hier die wlan einstellungen und der fallback access point falls euer wlan nicht zur verfügung steht dann auch die beiden standardeinträge captive portal und logger als auch api und ota passwort so und dann kommen wir zum eigentlichen teil unseres programms der auch wirklich absolut übersichtlich diesmal ist und zwar haben wir einmal einen binary sensor und zwar handelt es sich dabei um den taster unserer klingel der eingang fürs klingel signal ist in unserem fall bei der platine der d3 als plattform des binary sensors habe ich hier gpio ausgewählt ihm eine eindeutige id gegeben ihm einen namen gegeben so und das einzig besondere hier sind die filter und zwar einmal invert und einmal die late of invert sorgt einfach dafür dass wenn wir ein high signal auf dem d3 pin haben wir das nicht als on sondern als off angezeigt bekommen und natürlich genau andersrum denn der d3 wird über einen pull up widerstand hochgezogen auf standardmäßig 3,3 volt heißt in dem moment wo unser klingeltaster gedrückt wird wird dieser pin auf ground gezogen und deshalb ist das genau invertiert also filter invert und mit die late of sorgen wir einfach dafür dass das signal mindestens 500 millisekunden lang ist wenn mal einer wirklich nur ganz kurz den klingeltaster antippt haben wir so die sicherheit dass wir mindestens ein signal von 500 millisekunden haben ja und dann optional wenn ihr noch einen pieper eine sirene oder sonst was anschließen möchtet dann benötigt ihr noch einen switch mit plattform gpio ich habe jetzt hier in meinem fall einfach mal den pin d4 gewählt und das ganze piezo pieper genannt die switch plattform gpio funktioniert allerdings nur bei einem aktiven piezo pieper wenn ihr einen passiven habt dann habt ihr die möglichkeit über pwm signale auch wirklich noch die töne zu bestimmen dafür gibt es noch eine separate library da gehe ich jetzt aber nicht weiter darauf ein wen das interessiert schreibt es gerne in die kommentare dann können wir dazu auch mal ein separates video machen ja das war es jedenfalls schon mit dem sketch mehr gibt es hier gar nicht zu tun also können wir dieses sketch jetzt hier hochladen ihr seht ich habe hier oben ota ausgewählt denn ich habe dieses board eben schon mal über usb geflasht heißt ich kann ihn jetzt over the air flashen solltet ihr das noch nicht getan haben dann müsst ihr den d1 mini natürlich per usb anschließen und hier oben in der auswahlliste das richtige gerät auswählen bevor ihr auf hochladen klickt so der upload ist abgeschlossen und somit können wir jetzt die klingel einbauen und den d1 mini auf der platine platzieren ja wie die klingel jetzt bei jedem einzelnen von euch aussieht ist natürlich immer wieder unterschiedlich deshalb würde ich sagen blende ich jetzt hier einfach einmal eine schematische zeichnung ein oben links sehen wir den klingeltrafo der mit der einleitung direkt mit der klingel verbunden ist und die andere leitung die ist über den klingeltaster zur klingel durchgeschaltet und wenn wir jetzt den taster drücken dann wird dadurch der stromkreis geschlossen und die klingel klingelt und genau dieses signal genauer gesagt dass der türkisen leitung das möchten wir jetzt mit unserer platine abgreifen dafür haben wir links unten den anschluss für die klingel und der zweite anschluss unten links ist der für den klingeltrafo das heißt wir müssen die türkise leitung entfernen und jetzt zuerst einmal die platine mit strom vom klingeltrafo versorgen um die gleichrichtung des 8 volt wechselstroms in gleichstrom kümmert sich die platine ja schon mit den dioden auf der rechten seite also müssen wir jetzt nur noch das klingel signal vom taster an die platine anschließen und den ausgang wieder mit der klingel selber verbinden und somit geht das geschaltete signal vom klingeltaster durch unsere platine der optokoppler kann dieses signal somit auswerten an den d1 mini weiterreichen und dieser schickt uns dann die information ob der klingeltaster gedrückt wurde oder eben nicht an unser home assistant an der stelle vielleicht auch noch eben ganz kurz erwähnt die drei jumper jp1 bis 3 hier bitte nur ein jumper anschließen so wie es auch auf der platine steht entsprechend eures trafos also 8 12 oder 24 volt denn das sorgt einfach dafür dass der passende widerstand verwendet wird um das signal an den optokoppler weiterzuleiten damit dieser auch die richtige spannung bekommt ja und wenn wir bis hierhin alles richtig gemacht haben dann sollten wir jetzt in der lage sein unsere klingel als automatisierung in home assistant einzubinden dazu gehen wir einfach mal auf automatisierung legen eine neue automatisierung an starten mit einer leeren automatisierung und nennen diese einfach einmal klingel als auslöser möchten wir auf den zustand von unserer klingel reagieren und da haben wir hier unseren klingeltaster diesen wählen wir einfach einmal aus und sagen wenn dieser im zustand von off nach on wechselt dann soll das unser auslöser sein eine weitere bedingung haben wir hier nicht sondern wir möchten jetzt hier nur noch eine aktion auslösen da wähle ich einfach mal dienst ausführen und sage jetzt einfach mal notify.notify hier könnt ihr natürlich einen entsprechenden dienst auswählen den ihr möchtet sei es eine sprachnachricht per alexa oder auch eine telegramm nachricht oder was auch immer ihr hier an benachrichtigungsdiensten zur verfügung habt wie ihr euch zum beispiel telegramm benachrichtigungen einrichten können dazu habe ich ja auch schon ein video gemacht das findet ihr auch oben in der infobox verlinkt in der home assistant playlist ich sage jetzt hier einfach mal als nachricht es hat geklingelt als titel sagen wir jetzt einfach mal klingeling und wählen hier unten speichern so und damit ist die klingel auch schon fertig die programm kurz für esp home und eine etwas ausführlichere beispiel automatisierung habe ich euch auch noch mal unten in der video beschreibung verlinkt die könnt ihr euch einfach runterladen und als vorlage für eure eigene klingel verwenden und wie das dann aussieht das seht ihr im folgenden clip es hat geklingelt ja das war jetzt mal ein beispiel wie so eine automatisierung bei euch aussehen könnte was sie aber letzten endes mit dem klingel signal in home assistant anstellt das ist natürlich letzten endes immer euch überlassen da sind eurer fantasie keinerlei grenzen gesetzt wenn ihr hilfe bei der automatisierung des ganzen braucht dann schaut doch gerne mal bei uns auf dem discord vorbei link blende ich hier ein findet ihr auch noch mal oben in der infobox oder ansonsten auch unten in der video beschreibung auf unserem discord werden täglich viele interessante themen rund um home assistant arduino raspberry pi und co diskutiert wenn euch also solche themen interessieren schaut gerne mal vorbei wird mich freuen den ein oder anderen von euch dort begrüßen zu können ansonsten denke ich soll es das mit dem video gewesen sein aber eine sache habe ich noch und zwar ich habe hier noch drei platinen liegen und diese drei platinen die möchte ich unter euch verlosen genauer gesagt unter allen kommentaren unter diesem video ich würde sagen die verlosung lassen wir laufen bis sonntag den 6 juni 23 59 ihr habt also noch den gesamten sonntag zeit und um 0 uhr würde ich dann den gewinner ziehen und die gewinner wie gewohnt in den kommentaren entsprechend benachrichtigen wenn ihr also auch so eine platine haben möchtet um das ganze projekt nachzubauen dann lasst doch direkt einen kommentar unter diesem video hier ich wünsche allen teilnehmern an der stelle schon mal viel viel glück ansonsten hoffe ich ich habe nichts vergessen und ihr konntet mir bis hierhin folgen solltet ihr doch noch irgendwelche fragen haben lasst mich gerne unten in den kommentaren wissen wenn euch das video gefallen hat zeigt es mir gerne mit einem daumen hoch abonniert auch direkt den kanal falls noch nicht geschehen und klickt auf die glocke damit ihr kein video mehr verpasst ich würde mich freuen wenn wir uns im nächsten video wiedersehen verabschiede mich hiermit und sag einfach bis zum nächsten video ciao